Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ganz besonders begrüße ich euch heute, meine lieben Erdzeichen. Das ist hier Steinbock, Stier und Jungfrau. Ich möchte mit euch heute gemeinsam mal reinschauen, was denn so die ersten zwei Aprilwochen auf euch zukommen könnte. Lasst uns mal reinschauen, wie hier so die Energies demnächst für euch, oder was hier die Energies demnächst für euch übrig haben. So, seht ihr das? Ich denke, das ist in Ordnung. So, lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Erdzeichen, wir schauen ab dem Anfang April bis Mitte April, was könnte hier so Losi sein bei euch, was haben wir hier speziell für eine Energy. Legen wir einfach mal Losi. Für meine lieben Erdzeichen. Okay, also ich mache alles in aufrechter Lage. Ja, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Diese Ziehung hier mache ich in aufrechter Lage. Ja, super Energien für die kommenden 14 Tage im April für euch. Also hier habe ich als allererstes für euch so eine Bombenlegung. Ich glaube, da würden viele gern mit in Resonanz gehen, was ich hier für euch habe. Also auf euch kommt eine mega versöhnliche Geste zu. Also das heißt, irgendjemand in deinem Umfeld möchte sich gern wieder mit dir vertragen. Es ist aber auch so, dass du selbst, bevor ich jetzt auf einen König, auf eine Königin umschwenke, dass ich erstmal nur von dir ausgehe, dass du ein mega Gefühl hast von ich fühle mich geborgen. Der Frühling kommt zusammen mit den Rittern der Kirche. Der zeigt immer an, dass der Frühling hier kommt. Und ich habe hier eine mega Verliebtheit auch drin. Dich selbst habe ich, ich weiß nicht, also ich kann es gar nicht fassen. Wenn ihr das Tarot kennt, ja, schaut euch mal diese Kombi an. Was ist das für eine geile Legung hier heute? Ja, du könntest dich in der nächsten Zeit erstmal selbst in so eine Form von Bilderwelt eintauchen. In deine eigene Bilderwelt, in so ein bisschen träumen, aber in so eine richtig schöne Energie, wo du das Gefühl hast, hey, hier ist Frieden, hier ist Eintracht, hier ist Menschenliebe. Und ich bewahre mir irgendwo selbst mein Leben. Also ich habe eine pure Energie von in den kommenden 14 Tagen. Fühlst du dich für dich einfach nur wohl, lebendig. Du könntest ein bisschen träumen. Also ist ja der Wahnsinn. Wenn ich jetzt hier speziell auf einen König, auf eine Königin hier schaue, dann habe ich für dich, dass ich jemand wieder mit dir versöhnen möchte. Ja, hier kommt eine mega versöhnliche Atmosphäre rein, Harmonie. Und du könntest wirklich die kommenden 14 Tage irgendwie gefühlt im siebten Himmel schweben, weil wir hier auch einen Verliebtheitsaspekt drin haben. Ja, es wäre tatsächlich möglich für all die, die schon vergeben sind, dass hier eine Verlobung kommt. Das wäre auch möglich, dass sich hier eine neue Freundschaft entwickeln könnte oder endlich irgendwelche Streitigkeiten hier beendet werden. Einige Steinböcke, sehe ich hier, werden tatsächlich auch im April heiraten. Wenn du das schon geplant hast, go for it. Go for it, weil es ist tatsächlich hier ein, also wirklich ein nahrhafter Boden, ein fruchtbarer Boden hier, auf dem du dich in den kommenden 14 Tagen bewegst. Es wäre natürlich auch hier möglich, einige, die gerne schwanger werden wollen würden, dann habe ich hier einen positiven Schwangerschaftstest. Ganz einfach gesagt. Und im beruflichen Bereich sehe ich dich einfach hier, dass hier eine gute Laune reinkommt. Ich habe hier ein harmonisches Arbeitsklima. Ich habe hier, könntest du auch wichtige Kontakte kennenlernen. Auch einfach Harmonie, weißt du? Du könntest dich wirklich so fragen, Alter, wo kommt hier die ganze Harmonie her? Du entfaltest dich hier beruflich, du könntest hier sehr kreativ sein und es kommen einfach positive Veränderungen hier auf dich zu. Hier ist es tatsächlich für all die lieben Singles möglich, dass ihr in den kommenden 14 Tagen eine neue Beziehung eingehen könntet. Ja, weil ihr seid verliebt, die Verliebtheitsphase, die zieht sich hier auch noch weiter mit in den April rein, aus einer vielleicht Freundschaft heraus. Hier ist auch mega viel Gefühlsreichtum. Also ganz ehrlich, hier ist für meine lieben Erdzeichen alles, alles möglich im positiven Sinne. Ihr habt die kommenden 14 Tage scheinbar hier wirklich einfach nur eine Glücksträhne, sei es im beruflichen Bereich, sei es im finanziellen Bereich, im Bereich, dass ihr euch selbst hier irgendwo weiterentwickeln wollt. Wahnsinn. Wahnsinn. So, jetzt genau, ich gehe trotzdem hier nochmal speziell auf die Liebe ein. Ich bin schon wieder viel zu schnell. Aber die drei Karten, die ich hier habe, die zeigen echt alles an. Also da gibt es ehrlich gesagt gar nichts mehr weiter zu erzählen. Aber ich gehe trotzdem noch ein bisschen tiefer ein. Guck mal. Du darfst wirklich in der kommenden Zeit deiner Seele, deinen Herzen und deiner Seele, du darfst dein Herz, deine Seele einfach nur singen lassen. Der Frühling kommt. Was ist das für eine krasse Legung für euch, meine lieben Erdzeichen? Hier ist nichts mit Intervenieren, hier ist nichts mit irgendwas. Eine Situation, wo du irgendwie das Schlimmste erwartet hast und schlaflose Nächte hattest. Ich habe hier kommen einfach nur noch glückliche Zeiten. In die kommenden 14 Tage wirst du dich pudelwohl fühlen. Ja, also du bist hier auf den richtigen Weg zusammen mit den Sternen. Ich habe eine erfolgreiche berufliche Selbstständigkeit. Du kannst dir und darfst dir auch irgendwie hier etwas gönnen. Also Junge, Junge. Wahnsinn. Wahnsinn. Das hier ist eine Sache, wo du vielleicht etwas auf Biegen und Brechen haben wolltest. Aber vielleicht erkennst du auch für dich, dass du dir jetzt den Dingen Zeit lässt. Du bist sowas von frei. Nichts wird dich hier aufhalten. Du willst auch nichts mehr aufbiegen und Brechen erzwingen. Das brauchst du hier auch gar nicht. Wie gesagt, jemand kommt hier wieder auf dich zu. Ein König, eine Königin. Und dazu will ich mal schauen. Guck mal, das ist jemand, der unsicher war. Das ist jemand, der nicht richtig wusste, wie er dir gegenübertreten sollte. Aber hier lauscht jetzt jemand auf seine innere Stimme. Auf seine Intuition. Und ich habe hier einfach, also hier bist du der Jackpot für jemanden. Und dieser jemand, der immer unsicher war, kommt in den nächsten 14 Tagen auf dich zu. Aber ich sehe, in irgendeiner Angelegenheit hast du aufgehört, genau diesen Ritter auf Biegen und Brechen haben zu wollen. Jetzt schlägt hier sozusagen das Karma zurück. Also der war sehr unsicher. Wir haben die Sechs der Kelche. Das ist hier schon Seelenpartner, den du hier hast. Und das ist auch, das könnte hier auch eine Jugendliebe sein. Das könnte eine Liebe eben aus der Vergangenheit sein. Es ist aber auch so, der kann gar nicht anders, als sich hier wieder bei dir zu melden, weil man hier immer wieder an dich denkt. Man denkt hier immer wieder an dich und kommt hier auf dich zu. Wunderschön, wunderschöne Message. Wow. Meine lieben Erdzeichen. Ich hoffe, wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Und aktiviert das Glocke sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Tschaui.